Hallo Leute und herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Wir sind hier auf einer Insel gelandet, gestrandet und hören uns mal den nächsten Tipp des Tages an. Tut tut! Ja, ihr Ulriera, du kannst nicht alle Blätter finden? Das ist ein Problem. Warst du schon beim Raben an der Bobmauer? Wenn ja, dann suche überall noch einmal. Klick tut tut tut. Und beim Raben an der Bobmauer. Wow! Gumbass! Und zwei Herzchen. What? Komme ich da rüber? Tatsächlich? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir sind in die Schloss... Wir sind hier eingebrochen. Voll illegal und so. Ist der Rabe nur Deko? Danke. Scheint nur Deko zu sein, irgendwie. Kamehameha! Gut. Beim Raben an der Bobmauer. Bin ich denn doof? Das ist ein Rabe. Gib mir! Ich will das Blatt haben. Okay, dann nicht. Das ist eh bloß eine Statue. Die lebt gar nicht. Okay, dann suchen wir mal die Blätter. Hier drinnen. Okay, ich hab da was gelesen. Okay, dann seid ihr also nicht gemeint. Lebt ihr noch? Nein. Gott, Gott, Gott. Uff, uff. Au. Schwierig, 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 schwierig. Gut, die haben wir. Oh, ein Blatt, ein Blatt, ein Blatt. Yay. Ah, du hast ein goldenes Blatt gefunden. Das Startmenü zeigt dir, wie viele du nun besitzt. Au. Au, au, au. Au, 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 au. Ja, genau, das brauche ich jetzt. Du hast einen Teil der Macht erhalten. Gib mir noch viel mehr Blätter. Äh, das hat sich angehört, als... Was? Das hat sich angehört, als... Hätte sich eine Treppe geöffnet, die vielleicht vorher nicht da war. Vollfeld. Bin ich wieder am Eingang? Nein. Bin wieder draußen. Okay, hier geht es nicht großartig weiter. Aha, jetzt sind wir hier auf der oberen Etage. Wow, ich fühle mich gerade wie ein Prinz. Oh mein Gott. Was geht hier vor sich? Eine Bombe? Das wird doch jetzt niemals aufgehen dadurch, oder? Warum gehst du nicht auf, du Scheißtür? Bombe, Bombe. Ich werde eine Bombe nicht ohne Grund kriegen. Hm. Irgendwas war auch mit Bomben und Rittern, oder so. Das wird voll kompliziert langsam. Ich merke das schon. Ähm. Ah. Niente. Komisch. Was soll ich sonst machen? Oder war das eben mit der Bombe nur Zufall? Nein, war es nicht. Die scheint es hier immer zu geben. Aber was soll ich hier machen? Gibt es hier einen geheimen Eingang, oder wie? Hier vielleicht. Nope. Schwierig, schwierig. Dieses ganze Zelda-Game hier. Gib mir die Bombe. Was bedeuten denn diese Viecher hier? Ich verstehe es ehrlich gesagt gar nicht. Mal wieder. Ich stehe total auf dem... Ich will mich doch auch einmal in meinem ganzen Leben intelligent fühlen. Also... Du erwachst zum Leben. Okay, dann gehen wir wieder zurück und gucken mal, was wir hier so finden. Aha. Solange ich mich nicht bewege, bleibt die Tür offen. Nein. Geht sie hier auch von alleine zu irgendwann, oder muss ich mich bewegen? Sobald ich mich bewege. Was soll ich denn da machen? Oh Gott, der kann mich angreifen. Autsch. Was ist das da unten? Oh Gott, oh Gott. Ach, die gibt es zweimal. Wenn es nur einmal gegeben hätte, wäre klar gewesen, aber so. Ich glaube, ich weiß, ich weiß, ich weiß, glaube ich es. Aua, lass mich in Ruhe. Scheiß Spast. Gut, dann holen wir uns die Bombe. Ich glaube, wir müssen das da vorlegen und dann erwachen die vielleicht zum Leben oder so. Warte, noch? Ich habe keine Ahnung. Nein, Kraftanwand habe ich schon. Na, habe ich doch schon. Nee. 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 So, wieder raus. Wieder rein. Und, und. Na, nur purposely. Mimmst du sie wohl. Gut. Jetzt gehen wir wieder rüber. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja, das war jetzt nicht schlau. So, wir versuchen es. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mich doch in Ruhe, lass mich in Ruhe. Scheiße, Mann. Ein goldenes Blatt. Du hast ein goldenes Blatt gefunden. Das Startmenü zeigt dir, wie viele du nun besitzt. Okay. So, auf den nächsten Kampf vorbereitet sein. Und kein goldenes Blatt? Das ist ja öde. Nein, 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 nein. Wow. Geh jetzt die scheiß Treppe hoch. Komme ich jetzt vielleicht hier rein? Das wäre eigentlich äußerst nett von ihnen. Warum nicht? Und wieso seid ihr schon wieder da? Oder muss ich beide auf einmal noch? Nein, das ist total unlogisch. Aber wer kommt denn da drauf, dass man da Bomben hinlegen muss? Das ist doch Wahnsinn. Nimmst du wohl. So, und Bombe. Bombe 1. Aber ich bin so gut wie tot. Das ist das Problem. Mann. Ich bin immer irgendwie zu schnell oder zu langsam. Wie auch immer. Und mehr ist hier nicht drinne? Wie ein Muster sagt. Soll ich mir das irgendwas sagen? Weil mir hier steht immer 1, 2, 1, 2. Sind dann zusammen 8. Und hier sind aber 9. Das ist unsinnig. Verschieben kann ich auch nichts. Nein, ich schaff's nicht. Selbst wenn ich da durchrasen würde, würde ich's nicht schaffen. Das ist sehr merkwürdig. Und diese komischen Ritter hier irritieren mich auch. Und den kann ich sowieso nicht besiegen. What? Wieso hat der mir Leben gegeben wieder? Mein Herzchen, okay. Immer wenn ich dich schlage, kriege ich volles Leben oder wie? Nein, scheinbar nicht. Warum habe ich dann volles Leben bekommen? Mysteriös. So mysteriös, dass ich hier nicht drauf komme. Okay, vielleicht brauche ich... Hab ich noch ein Blatt übersehen oder so? Gucken wir mal. Oh Gott, hier ist es zu viel. So, haben wir einen. Ich verstehe es, ehrlich gesagt, gar nicht. Was soll ich denn noch machen? Wozu geht's hier überhaupt noch lang? Damit es schön aussieht oder wie? Scheint ja ganz so. Mann, 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 Mann. Schwierig, schwierig. Ich kann ihn auch nicht verschieben. Aber warte mal, hier geht's auch noch lang. Zu der Seite. Wahnsinn, wo wir dahin kommen. Komm schon, gib mir noch ein Blatt. What? Outschie. Komm schon. Ich glaube, hier gibt's wirklich noch ein Blatt. Ist auch nie in der Nähe, irgendwie. Vielleicht muss ich Geduld behalten, bewahren, haben, wie auch immer. Wenn er jetzt noch mal in dem Loch kommt, dann gehe ich rüber. Nein, jetzt kommt er in dem. Verdammt! Speichern und weiter. Okay, wir sind zum Glück nicht so weit entfernt. Von daher können wir den durchaus besiegen. Obwohl ein Herzchen auch nicht schlecht wäre. Eigentlich hat man genug Zeit, wenn man schnell reagiert. Aua. Wenn. Na komm doch her jetzt. Jawoll! Ah, du hast ein goldenes Blatt gefunden. Das Startmenü zeigt dir, wie viele du nun besitzt. Drei haben wir. Drei. Ah, ah, ah. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Hoho. Ich benutze immer die falsche Taste. Okay. Dann möchte ich mit dir sprechen. Gib mir jetzt. No, vielleicht kann ich jetzt zu diesem Einritter, wenn ich jetzt drei Blätter habe. Wenn ich es nicht glaube. Aber wir probieren es einfach mal. Ist doch fast wie so ein Tempel hier drin. Wow, 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 wow. Ah, lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Einfach in Ruhe lassen. Aber die Tür geht immer noch zu. Das kann doch nicht sein. Beziehungsweise, es ist so, aber wieso? Wieso gehst du zu? Ich räume jetzt hier alles weg. Und wenn du da nicht aufgehst, dann weiß ich nicht, was ich noch machen soll. Ich dachte, wenn ich vielleicht mehr Blätter habe, klappt das alles, aber... Fehleranzeige. Und du gehst trotzdem nicht auf. Verdammt nochmal. Wenn ich jetzt noch wüsste, wieso, dann wäre alles super. Na ja, gut. Wir haben hier gerade so eine schöne Aussicht. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part für heute. Also, den Part jetzt und die Aufnahme für heute. Und sehen uns im nächsten Let's Play wieder, was wahrscheinlich wieder Link's Awakening sein wird. Wobei ich am Wochenende zu Hause bin und dann hole ich mir Controller und so. Dann könnte auch wieder Skyrim kommen. Außerdem habe ich noch viele weitere Spiele auf Lager, die ich gerne noch let's playen würde. Aber bis dahin wird noch etwas Zeit vergehen. Also, bis dahin und tschüss.